Er ist tot. Das war ein Zitat von Narcissa Malfoy. Hallo, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofrösche-Karte ist Narcissa Malfoy. Wir haben uns dazu entschieden, eine Sonderfolge für Narcissa Malfoy zwischendurch aufzunehmen, aus dem Grund, dass, ihr wisst es bestimmt alle, am Freitag, dem 16. April 2021, die Schauspielerin Helen McCrory gestorben ist und wir uns dachten, wir nehmen das zur Gelegenheit, um ihr zu ehren, die Folge von Narcissa Malfoy vorzuziehen. Ja, genau. Narcissa Malfoy ist eine geborene Black und erscheint das erste Mal in Harry Potter und der Feuerkelch. Vorher wissen wir zwar, dass Narcissa die Mutter von Draco ist, aber sie kommt eigentlich nicht richtig vor. Genau. Geboren ist sie 1955. Und wir kennen sie vor allem als Frau von Lucius Malfoy und Mutter von Draco Malfoy und natürlich als Schwester von Bellatrix Lestrange. Was ich ganz interessant fand, ist, dass Narcissa, obwohl sie eine Black ist, nicht nach einem Stern benannt wurde, wie üblich bei den Blacks. Und dazu hat nämlich J.K. mal gesagt, nachdem sie darauf angesprochen wurde, sie hat Narcissa von Anfang an mehr als Dracos Mutter gesehen, als Bellatrix Schwester, also mehr als eine Black. Und deswegen stand der Name halt ziemlich früh und wurde dann auch nicht mehr angepasst, obwohl ja klar war, dass sie eine Black ist. Das finde ich nicht schlimm. Nö, ich auch nicht. Ich finde, es passt auch voll. Wenn wir nämlich über ihr Aussehen sprechen, ist nämlich im Gegensatz zu allen anderen Blacks, die dunkle Haare haben, Narcissa die, die blonde Haare hat, also lange blonde Haare. Und sie ist groß, aber ich glaube, Bellatrix war auch groß, sind beide dünn. Also das ist so wahrscheinlich genetisch fahle Haut natürlich, wie die ganzen Blacks. Und blaue Augen. Und eben diese ganz langen, blonden Haare, die sie maßgeblich von allen anderen unterscheiden. Das ist ja auch so ein bisschen das, was die Malfoys ausmacht. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass da das Aussehen an die Malfoys so ein bisschen schon angepasst war, bevor halt dieser Black-Gedanke entstand. Vielleicht ist es aber, wenn man weniger über dieses Schriftstellerische nachdenkt, einfach auch Schicksal. Vielleicht im romantischen Sinne des Narcissa immer mehr eine Malfoy war. Und eben auch einen Malfoy bekommen hat und sich eben viel besser in das Bild der Malfoys einfügt, als in das Bild der Blacks. Ich finde es auch cool, eigentlich im Film dargestellt, weil da hat Helen McCrory ja halb blond, halb dunkle Haare. Und das steht ja auch so ein bisschen für dieses Halbfamilie Black und Halbfamilie Malfoy. Ich finde, das haben die da echt ganz gut gelöst. Aber irgendwo, ich habe das nicht wiedergefunden, aber irgendwo meine ich gelesen zu haben, dass Narcissa Malfoy, als sie noch nicht verheiratet war, einfach auch dunkle Haare haben wollte und dieser Zauber, den sie ausprobiert hat, eben schiefgegangen ist. Und das ist ja eigentlich ganz schön, weil es damit zeigt, dass sie eigentlich schon eine Verbundenheit mit den Blacks hat. Aber das stimmt. Aber das ist ja nur in den Filmen so, nicht im Buch. Ja, sie hat noch eine sehr klare, kalte Stimme und einen sehr arroganten Blick, der ja auch gut in ihre Familie passt. Und ihre Schönheit wird etwas gemindert, weil sie immer einen etwas steifen Gesichtsausdruck hat. Und es wird so beschrieben, als hätte sie immer einen üblen Geruch in der Nase, was für sie wahrscheinlich zutrifft, wenn sie zum Beispiel auf Harry und Hermine trifft. Und aus Harrys Sicht wird das ja auch beschrieben. Ich nenne das Resting Bitch Face. Damit kenne ich mich aus. Genau, ihren Zauberstab wissen wir nicht und deswegen habe ich mir überlegt, was möglicherweise auf sie zutreffen könnte, weil wir ja wissen, dass der Zauberstab sich den Menschen aussucht und daher oft zum Charakter passt. Und so ein bisschen aus dem Ausschlusskriterium habe ich mir gedacht, dass der Kern wahrscheinlich Drachenherzfaser ist. Das haben ja sowohl ihr Mann als auch ihre Schwester. Einhornhaar, finde ich, macht halt einfach keinen Sinn, weil das so selten für dunkle Magie benutzt wird und einfach so ein pures, reines Wesen ist. Das passt irgendwie nicht. Und die Phönixfeder ist ja so selten, deswegen dachte ich, Drachenherzfaser macht einfach am meisten Sinn. Und die sind ja in der Regel die mächtigsten Zauberstäbe und diese Zauberstäbe lernen auch schneller als andere und tendieren häufig zu den dunklen Künsten. Und sie sind temperamentvoll. Und beim Holz habe ich gedacht, passt Zedernholz ganz gut zu ihr. Der zeugt nämlich von einem starken Charakter und ungewöhnlicher Loyalität. Und der ist nicht leicht zu hintergehen und beschützt seine Liebsten. Und er fühlt sich auch dort zu Hause, wo außergewöhnliche Aufnahmefähigkeit und Scharfsinn zu finden sind. Und ich finde, das passt eigentlich ganz gut zu ihr. Ja, du bist so ein richtiger Ollivander. Ja. Das ist einfach so. Patronus, ihren Patronus kennen wir auch nicht. Ja, ich meine, im Grunde ist es ja auch so, dass die, die auf der dunklen Seite sind, auch keinen Patronus brauchen, weil sie gegen Dementoren auch nicht vorgehen müssen. Stimmt. Snape ist, glaube ich, der Einzige, der einen Patronus hervorbringen kann. Genau, das sind ja selber dunkle Wesen, also dunkle Magie. Deswegen brauchen das auch dunkle Zauberer eigentlich nicht. Aber ein Irrwicht könnte sie trotzdem haben. Und ich glaube, dann ist das entweder Lucius oder auch Draco stehen. Entweder sind beide tot oder sie sind in großer Gefahr und sie ist machtlos. Also das könnte ich mir bei ihr da gut vorstellen. Ihre Eltern sind Cygnus Black und Drella Rosier, die aber später auch eine Black geworden ist natürlich. Und über Cygnus wissen wir zum Beispiel, dass er 1992 gestorben ist. Da war Harry 12. Drella Rosier, also ihre Mutter, ist aber schon 1955 gestorben. Und wer aufgepasst hat, 1955 ist Narcissa Malfoy geboren worden. Sodass ich mir vorstellen könnte, dass sie entweder bei der Geburt gestorben ist oder später, kurz danach in dem Jahr. Das habe ich mir ehrlich gesagt noch nie so überlegt. Und jetzt hatten wir ja schon Bellatrix uns vorgenommen. Und erst jetzt ist es mir gekommen, also eigentlich sind alle drei Mädels mehr oder weniger ohne Mutter aufgewachsen. Stimmt, ja. Das haben wir bei Bellatrix nicht mitgenommen. Vielleicht hat sie dadurch auch diese Mutterinstinkte nicht bekommen. Dann ist natürlich die Frage, ob vielleicht Bellatrix und Andromeda das Nächstäckchen, was Narcissa dann ja war, irgendwie bemuttert haben. Sodass Narcissa eben diese großen Muttergefühle und diesen Beschützerinstinkt entwickeln konnte. Das weiß ich nicht. Aber fand ich ganz interessant, habe ich nie drüber nachgedacht. Nee, ich auch nicht. Genau. Wir kennen auch noch ihre Cousins. Die sind relativ bekannt. Der eine ist Sirius. Da weiß man nicht so genau, was für eine Beziehung sie zueinander hatten. Aber vermutlich kein so ein gutes Verhältnis zu Regulus. Weiß man das nicht. Man spekuliert das aber, dass sie vielleicht sogar eine ganz gute Verbindung hatten. Denn Regulus war dem dunklen Lord zugetan. Er ist ja selber später Todesser geworden. Ich glaube nicht, dass sie von dem Verrat Regulus an Lord Voldemort wusste. Und so war sie vielleicht sogar ein bisschen traurig, als er irgendwann verschwunden war. Ich meine, da waren die ja auch alles noch Kinder. Ich meine, die waren keine Ahnung. Regulus ist ein bisschen jünger als Narcissa, ne? Ja, ich glaube schon. Also da waren die Anfang 20, weil Regulus ist mit 18 gestorben. Und so könnte es ja sein, dass sie eine Verbindung hatten. Und zumal Creature, ja der Hauself, theoretisch von Regulus und auch von Sirius später dann war. Und Creature findet aber auch Narcissa gut. Das heißt, er muss Narcissa ja irgendwie kennen und im Positiven im Kopf behalten haben. Ja, und zu ihrer Familie gehören natürlich auch noch Lucius Malfoy, ihr Mann. Den lernt sie ja schon in der Schule kennen. Der ist ein paar Jahre älter als sie. Und sie findet den bestimmt schon immer sehr ansehnlich und will ihm natürlich auch gefallen. Spielt vielleicht auch in der Schule schon ein bisschen mit ihren Reizen, um ihn zu umgarnen. Und so heiraten die beiden eben auch später. Und es ist ja für sie eine sehr gute, angesehene Hochzeit in eine reinblütige, reiche Familie. Genau, und aus dieser Ehe geht ein Sohn hervor. Der einzige Sohn von Narcissa und Lucius, und zwar Draco Malfoy. Und der wird eben mit viel Liebe großgezogen, gerade von Narcissa. Denn anders als bei anderen Todessern gibt es eben in dieser Familie Liebe. Sie möchte ja zum Beispiel nicht, dass er nach Durmstrang kommt, damit er eben näher bei ihr ist. Und Lucius akzeptiert das ja auch. Und sie nennt Draco auch in Blacksha-Tradition nach einem Stern, was Lucius ja auch toleriert. Obwohl er den Familiennamen der Malfoys trägt. Und man merkt auch, dass Narcissa ihren Sohn liebt. Während Dracos ersten Schuljahr schickt sie ihm täglich eine Eule mit Kuchen und Süßigkeiten. Und wahrscheinlich kleinen Notes, wo draufsteht, du bist der Beste. Ich vermisse dich. Zeigst ihn allen. Genau. Ja, wie ist wohl die Familienkonstellation zu Hause? Also Narcissa wirkt ja häufig so, als wäre die so im Hintergrund. Lucius ist so der Laute. Aber ich glaube, sie hat auch viel Sagen. Weil sie eben über Dracos Namen zum Beispiel entscheidet, über seine Bildung, auf welche Schule er kommt. Und auch später bei der Schlacht von Hogwarts gibt sie ja das Sagen an. Da kommen wir später auch nochmal zu. Und Lucius macht ja echt viel für sie. Man weiß ja nicht, ob das aus Liebe ist oder vielleicht einfach, weil sie die Hosen zu Hause anhat. Auch wenn man das ja vielleicht nicht denkt. Aber vielleicht ist es auch einfach Liebe und dass die tatsächlich auch argumentieren. Und halt auch aufeinander Rücksicht nehmen. Ja, genau. Wenn Narcissa sagt, nee, sie möchte aber eben engen Kontakt zu ihrem Sohn, dann akzeptiert das eben Lucius auch. Genau, sie kommt ja dann wie ihre Schwestern auch nach Hogwarts und auch nach Slytherin. Passt das? Ja, na klar. Ja, würde ich auch sagen. Ihre Werte sind einfach viel zu präsent. Ja. Auch wenn sie natürlich auch durchaus einen gewissen Mut beweist. Vor allem natürlich im letzten Harry Potter. Aber sie ist einfach durch und durch eine Slytherin. Also, ja, selbst der Mut, den sie da aufbringt, der ist natürlich immens. Aber ich würde sie trotzdem niemals nach Gryffindor stecken. Glaubst du, sie war eine gute Schülerin? Ich glaube schon. Also, sie ist ja auch eine passable Hexe. Genau, ich würde auch sagen, sie ist jetzt nicht so eine skrupellose Dualantin wie ihre Schwester. Aber was ich bemerkenswert fand, ist in dem Kapitel Spinners End, in Harry Potter und der Halblutprinz, apparieren die beiden ja, Narcissa und Bellatrix. Und das Ploppen beim Apparieren von Bellatrix ist lauter als das von Narcissa. Und das könnte ja vielleicht dafür sprechen, dass Narcissa eben das besser beherrscht. Das und ich finde es aber zu der Art von Narcissa, wie sie sich gibt und dieses Arrogante, ich finde, das passt halt einfach super gut. Dadurch, dass sie ja auch eiskalt sein kann und so, diese scharfe, kalte Stimme hat, finde ich das einfach konsequent, dass sie da ein bisschen besser ist. Und je leiser das Ploppen, desto besser beherrscht man es apparieren. Genau. Finde ich schon ziemlich cool, ehrlich. Ja, sonst wissen wir eigentlich zu ihrer Hogwarts-Zeit nicht so viel. Als sie ihren Abschluss gemacht hat, braucht sie eigentlich wegen des Reichtums und des luxuriösen Lebens, welches ihr Mann ihr ja gibt und zur Verfügung stellt, eigentlich nicht zu arbeiten. Sie hat ja auch Dobby, den Hauselfen, zumindest bis Dracos zweitem Schuljahr, der ihr die Arbeit zu Hause ja auch abnimmt. Ja, was macht sie wohl den ganzen Tag zu Hause? Ehrlich gesagt kann ich mir das nicht so gut vorstellen, was sie da großartig macht. Weil, ich meine, man kann nicht shoppen oder so. Also, was shoppt man denn so als Hexe? Keine Ahnung. Zauberhüte. Ja, ich weiß nicht. Also, sie wird gut gekleidet sein und hat Schmuck vielleicht. Aber man geht ja auch nicht ständig zum Juwelier und lässt sich da Sachen anfertigen. Vielleicht poliert sie das dann so mehrmals am Tag oder so. Ja, aber wie langweilig ist dein Leben bitte? Also, wobei mit Draco wird sie ja wahrscheinlich eine Aufgabe gefunden haben. Also, dann war ihr Tag wahrscheinlich proppenvoll. Und so wie sie den vermutlich gepampert hat, hatte sie wahrscheinlich auch keine freie Sekunde, weil er immer nach Aufmerksamkeit geschrien hat. Was ich mir aber auch vorstellen kann, ist, dass sie, das wird nie gesagt und sie haben dann Hauselfen, aber dass sie nochmal jemanden da arbeiten haben. Wie ein Kindermädchen, das eben auch noch zusätzlich auf Draco aufgepasst hat. Und dann sowas wie Nachtschichten übernommen hat, weil gerade bei so wohlhabenden Familien, egal ob jetzt in der Zaubererwelt oder nicht, weiß man ja, dass die quasi immer die leichten Arbeiten, die schönen Arbeiten übernommen haben. Aber dann für, das Kind schläft nachts nicht durch oder so, das Kind einfach abgegeben haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch bei Narcissa der Fall war. Ich glaube auch, dass sie vielleicht so ein bisschen depressiv war, weil ihre Schwester und quasi engste Bezugsperson war ja dann in Azkaban. Ihr Mann ist irgendwie den ganzen Tag unterwegs, ob in Hogwarts oder im Ministerium. Und dann ist Draco irgendwann in Hogwarts und dann hat sie halt einfach ihren ganzen Lebensinhalt verloren und ja, auch nichts mehr zu tun. Ja, und gerade so Stricken und Sticken und so. Passt gar nicht. Das ist eher so Molly Weasleys Ding. So, das macht nicht Narcissa. Ja, ja, eben. Vielleicht trifft die sich ja mit anderen Todesserfrauen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es so unter ihrem Niveau ist, so sich mit Mrs. Goyle und Mrs. Crabbe zu treffen. Das passt einfach gar nicht. Ja, aber vielleicht macht die ja auch irgendwas Edles, so hat eine eigene Einhornzucht oder sowas Bescheuertes. Die haben ja auch weiße Pfauen in Malfoy Manor, vielleicht sind das ja so ihre Tiere oder so. Vielleicht züchtet sie die, ich weiß es nicht. Aber irgendwie muss sie ja Zeit totschlagen und sie kann nicht immer in der Winkelgasse oder so irgendwas einkaufen gehen, zumal sie ja wahrscheinlich da eh nicht so super gerne ist. Nee. Und die Nocturngasse strahlt jetzt auch nicht so viel Spaß aus, dass ich mir denke, in meiner Freizeit möchte ich da gerne häufiger lang gehen. Naja, du hast ja schon erzählt, dass wir sie erst im Harrys vierten Jahr kennenlernen und zwar auf der Quidditch-Weltmeisterschaft. Und da später, als die Todesser die Muggel aufmischen, ist Draco ja alleine im Wald. Und da habe ich mich gefragt, wo Narzissa in der Zeit ist. Da ist ja die Überlegung, ob sie mitgemacht hat bei diesem Todesser-Marsch, aber irgendwie kann ich mir das auch nicht so richtig vorstellen. Sie ist ja auch keine Todesserin, aber sie würde Draco ja auch nicht alleine lassen. Was macht sie da in der Zeit? Hat sie Draco verloren? Sie kann ja nicht ständig ihren Sohn suchen, also manchmal müssen die auch mal wissen, wo ihr Sohn ist. Ja. Oder sie hat doch irgendwie Schmiere gestanden für die anderen oder so. Aber das weiß man halt nicht. Also man weiß nur, dass sie kein dunkles Mal trägt. Genau. Vielleicht entscheidet es aber dann in solchen Situationen auch Lucius über ihr Verbleib, dass er sagt, du machst jetzt hier und du bleibst hier. Weil in der Situation wusste er ja, was jetzt hier los ist. Und da hätte er natürlich vielleicht auch gewollt, dass seine Frau ein bisschen außerhalb dieses Trubels ist und in Sicherheit ist, wo Draco da war. Aber vielleicht hat Lucius einfach gesagt, du bleibst jetzt hier und beweg dich nicht. Sie unterstützt ja auf jeden Fall das Gedankengut der Todesser und auch die Werte, die Voldemort durchsetzen will. Aber ich glaube einfach, sie hat unglaubliche Angst vor ihm. Vor Voldemort? Ja. Und als Bellatrix ja auch ausbrechen kann und sie ja quasi ihre Schwester dann zurückgewinnt. Das ist ja eine sehr kurze Freude, die sie da erfährt, weil im gleichen Jahr ja dann ihr Mann nach Azkaban kommt. Und ja, sie spürt dann ja auch an eigenem Leib, wie es ist, das Ansehen von Voldemort verloren zu haben. Was ziemlich übel ist. Ja, sie unterstützt ja Voldemort trotzdem. Sie gibt ihm ja zum Beispiel die Informationen von Creature, einfach um ihre Familie zu schützen. Genau. In meinen Augen ist in Narcissas Leben das total normal, diese Informationen weiterzugeben. Ja, ich finde, da gibt es eine ganz große Schlüsselszene. Und zwar geht sie ja zu Snape und ihn zu überreden, mit Voldemort über den Plan zu sprechen, dass Draco ja den Auftrag hat, Dumbledore zu töten. Und sie möchte ihren Sohn ja da auf jeden Fall beschützen. Das ist ja auch wieder diese ganz berühmte Mutterliebe, die sich ja durch Harry Potter zieht. Da kommen wir später ja auch nochmal zu. Ja, und sie ist da ja ganz hysterisch und weinerlich und so unterwürfig und biedert sich Snape an. Aber ich glaube, sie ist gar nicht so schwach, wie sie da tut. Und sie weiß genau, was sie machen muss, um Snape zu überzeugen. Ja, sie kann da so mit ihren Reizen spielen. Sie lässt dann so ihr Haar auf Snapes Schoß fallen und verbirgt ihr Gesicht. Und man hört dann so ein trockenen Schluchzen. Also vielleicht weint sie auch gar nicht so sehr, wie sie da tut. Weil sie sonst ja auch immer sehr kühl und beherrscht ist. Aber sie pocht halt so auf Snapes Mitleid. Aber sie ist ja auch hysterisch zwischendrin. Ja, ja, genau. Also ich frage mich auch, warum sie das genau macht. Also sie könnte viel mehr verlieren, als dass sie gewinnt in dieser Situation. Weil sie ja, warum vertraut sie auf Snape? Ja, ich glaube, wenn die sich was in den Kopf setzt, dann kriegt die das auch. Und wenn sie da wollte, dass Snape diesen unbrechbaren Schwur macht, dann wusste sie, sie kriegt es auch hin, dass Snape das macht, um ihren Sohn zu schützen. Weil es ihre letzte Chance war. Aber es hätte auch total schief gehen können. Snape hätte sagen können, nein, der kann aus seinem Haus disapparieren und Voldemort alles stecken. Dann wäre Familie Malfoy für immer degradiert, wenn nicht sogar ermordet. Also ich finde, sie setzt wirklich viel aufs Spiel. Das stimmt. Ja, das sieht ja auch Bella so. Sie möchte sie ja davon abhalten. Narcissa wird dann ihr gegenüber sehr harsch. Hält sie dann ja auch mit Magie davon ab, sie aufhalten zu wollen. Und Bella im Gegenzug zückt nicht mehr ihren Zauberstab gegen Narcissa. Und das ist ja für Bellatrix was Besonderes, weil sie ja eigentlich sehr rücksichtslos ist. Und für sie ist das ja ein Verrat an Voldemort, was Narcissa da macht. Und eigentlich würde sie ja alles tun, um Voldemort zu gefallen. Aber sie traut sich in dem Moment ja nicht, wirklich handgreiflich ihre Schwester zu stoppen. Und das zeigt ja doch nochmal auch, dass Narcissa doch nicht so dieses ruhige Mäuschen ist. Sondern auch vielleicht gegenüber Bella auch eine Autoritätsposition hat. Weil sonst wäre da Bellatrix ja vielleicht auch ein bisschen rücksichtsloser. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie halt eben viel stärker und manipulativer ist, als wir denken. Weil im ersten Augenblick sieht sie halt aus wie so die Stumme, die sich hinter ihrem Mann und ihrer Schwester so im Hintergrund versteckt. Aber durch ihre Liebe ist sie halt viel stärker als die beiden und beschützt ja ihre Familie so mit allen Mitteln. Und dabei weist sie ja Intelligenz und gutes Einschätzungsvermögen auf. Sie weiß, mit den Menschen umzugehen, um das zu bekommen, was sie will. Das ist ja ihre eigene Art von Skrupellosigkeit, die jetzt nichts mit der Brutalität ihrer Schwester zu tun hat. Aber sie sagt ja selbst, es gibt nichts mehr, was sie jetzt nicht tun würde. Also sie ist bereit, alles zu tun, alles zu geben. Das tut sie ja in dem Moment auch und sie tut es ja auch noch ein zweites Mal. Aber ich finde auch in dieser Situation, wo noch gar nicht alles entschieden ist, wo immer noch viele Dinge ungeklärt sind, finde ich, dass sie da schon ganz schön viel auf eine Karte setzt, nur um Draco zu retten. Also ich, wahrscheinlich schätzt sie ihn auch richtig ein in der Situation und sie weiß, dass Draco dem Ganzen vermutlich nicht standhalten kann. Und das ist einfach dieses Rettungsseil, das sie quasi Draco noch metaphorisch überlässt. Aber ich finde es halt so schwierig, sich an Snape zu wenden. Sie kann ja mit ihren Worten überzeugen und sie weiß ja vielleicht auch, was Snape hören möchte. Sie überzeugt ihn ja hier mit Liebe und Emotionen, was Bellatrix ja überhaupt nicht nachvollziehen kann. Aber Snape ist ja auch so von Gefühlen geleitet. Wollte ich gerade sagen. Und vielleicht spürt Narcissa das ja, dass das hier der richtige Weg ist und ihre Stärke eben die Liebe zu ihrer Familie ist. Und sie weiß, dass sie damit Snape halt irgendwie bekommt. Zumal wir ja von Bellatrix wissen, dass sie eventuell, oder hatten wir spekuliert, dass sie eventuell von der Liebelei von Snape und Lily wusste. Sodass, ja Menschen unterhalten sich, Narcissa vielleicht auch das wusste und dass er quasi an seinen, wie nennt man das, Beschützerinstinkt appelliert, weil er ja genau das gleiche für Lily getan hätte. Genau, weil sie einfach weiß, Snape ist auch zu Gefühlen fähig. Er weiß, wie es ist, Menschen beschützen zu wollen. Und sie ihn deswegen halt mit dieser Art von Gefühl halt auch konfrontiert und eben somit auch rumkriegt. Noch kurz, ein unbrechbarer Schwur ist ein Zauber für die, die es nicht wissen. Dieser Zauber hinterlässt Narben auf dem Körper oder meistens auf den Händen der Person, die diesen Schwur leisten. Und wenn einer den Schwur bricht, dann stirbt er. Genau. Also es ist eine große Bürde, die Snape sich da auferlegt. Später trifft sie dann noch Harry und auch seine Freunde, während sie einfach Einkäufe erledigt. Und Harry ist in diesem Moment, finde ich, super taktlos. Er hätte Narcissa auch ignorieren können, aber nein, er provoziert sie, indem er sie quasi auf ihren Mann anspricht, der in Azkaban sitzt. Weil ja mittlerweile alle wissen, dass Lucius Dreck am Stecken hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für Narcissa nicht einfach ist, vor allem als starke Frau dazustehen, die alleine klarkommt, die sich ja sonst wahrscheinlich immer sehr gut auf ihren Mann verlassen konnte. Und ich finde halt, Belatrix lässt sich dann immer so schnell provozieren und fährt so aus der Haut. Und hier ist es halt Narcissa, die aber total ihre Kühle und ihre Beherrschung behält und sich auch nicht provozieren lässt. Sondern sie gibt ja Harry auch einen richtig krassen Spruch zurück. So von wegen, du und Sirius, ihr seid vorher vereint, bevor ich und mein Mann wieder vereint sein werden. So deutet quasi an, dass Harry stirbt. Und das finde ich halt auch ganz schön krass. Und da sieht man ja auch, dass sie halt wirklich einfach diesen kühlen Kopf auch hat und sich da überhaupt nicht aus der Fassung bringen lässt. Aber sie ist ja auch, sie wird beschrieben als eine sehr stolze Frau. Und dieser Stolz steht quasi in solchen Situationen auch einfach über allem. Und ich finde, dass es einfach fantastisch reagiert ist, weil Harry auch einfach seine Klappe halten kann. Ja, auch später, als Voldemort eben das Haus der Malfoys einnimmt und Lucius endlich wieder bei ihr ist, steht Lucius ja trotzdem irgendwie so ein bisschen unter ihrem Einfluss. Weil Voldemort möchte ja seinen Zauberstab haben und er erreicht ihm den Erst, als Narzissa ihm zu verstehen gibt, dass er jetzt keine andere Wahl hat. Sie legt ihm irgendwie so die Hand auf den Arm, weil sie halt weiß, es macht jetzt keinen Sinn zu diskutieren und damit ihre Familie in Gefahr zu bringen. Wenn Lucius jetzt irgendwie sich dagegen wehren würde. Und er reagiert ja dann auch auf dieses Zeichen von ihr und macht dann ja auch das, was sie beziehungsweise halt Voldemort will. Aber vielleicht sind die beiden auch einfach über die Jahre ein gutes Team geworden. Und können sich eben auch nonverbal Dinge sagen, sie wissen schon, was der andere denkt. Und irgendwie finde ich das schön. Ja, und Lucius sieht ja vielleicht auch in Narzissa so eine Art Ruhepolen und er weiß, okay, was soll ich machen? Sie sagt so, mach es jetzt, reg dich jetzt nicht auf. Und er gibt sich dem dann hin, weil er weiß, okay, meine Frau ist schlau. Die weiß, wenn ich jetzt was oder mich wehren würde, dann gäbe es Stress, das lasse ich lieber. Ja, zumal Lucius ja auch noch sehr angeschlagen sein muss von der Zeit in Azkaban. Und Narzissa war die ganze Zeit zwar in Sorge natürlich, aber sie konnte das Geschehen drumherum ein bisschen besser kontrollieren. Und ich finde es einfach schön, dass er sich da auf sie verlässt. Das stimmt. Die da einfach ein Team sind, obwohl Familie Malfoy zu diesem Zeitpunkt ja schon wirklich keinen guten Ruf mehr hat unter Todesserkreisen. Ja, und auch als Voldemort dann eben anfängt, diesen Ruf nochmal runterzudrücken, lässt sie sich ja eigentlich so neben Bellatrix am wenigsten angreifen von diesen Sprüchen über ihre Schwester. Und sie lässt es so über sich ergehen, weil solange er halt Lucius und Draco nicht angreift, kann sie eigentlich alles ertragen. Also das macht ihr einfach dann in dem Sinne nichts aus. Sie fährt jeden an, egal ob es Bellatrix oder Snape ist oder Harry, der halt was über ihren Mann oder ihren Sohn sagt. Aber ich finde es auch einleuchtend, dass sie da nicht so wie Bellatrix das auch irgendwie versucht zu erklären und dann diesen Plan fasst. Ich werde jetzt alle noch umbringen, die ich noch umbringen kann aus der Familie Black, die es nicht wert sind. Und Narzissa war ja noch nie, die hat ja nie so ein krasses Gedankengut gehabt wie Bellatrix. Und so ist es ihr vielleicht wirklich egal. Ich glaube, ihr ist es egal, was Andromeda macht, ob die Kinder hat oder nicht. Und ich glaube auch, dass Tonks ihr kackegal ist. Ich glaube auch. Wahrscheinlich tut sie am wenigsten weh von allen. Lucius wird es bestimmt stören, in Verbindung mit diesen Blutsverrätern und unwürdigen Leuten in diese Verbindung gebracht zu werden. Aber für Narzissa ist es egal. Genau. Ja, und nachdem Harry, Ron und Hermine gefangen genommen werden im Anwesen der Malfoys und Draco da seinen Zauberstab verliert, gibt sie ihm ihren Zauberstab. Also sie ist komplett wehrlos und hofft einfach nur, dass Draco damit halt überlebt. Und sie und ihr Mann sind beide danach ohne Zauberstäbe, beziehungsweise bekommen dann halt auch irgendwelche provisorischen, woher auch immer, aber nicht ihre eigenen. Was ich aber noch zum Malfoy-Männer vorher mir überlegt habe, also für Narzissa muss es ja trotzdem merkwürdig gewesen sein, dass Voldemort das zum Hauptquartier gemacht hat. Und man weiß, dass Bellatrix die Kontrolle des Geschehens mit allem, was mit den Gefangenen zu tun hat, an sich gerissen hat. Ich glaube, es ist schon schwierig, wenn du eigentlich gerade dein Zuhause verloren hast. Also jeder Rückzugsort für dich kein Rückzugsort mehr sein, weil alles, was jetzt in diesem Haus geschieht, beschmutzt einfach deine Privatsphäre aufs Übelste. Ja, stimmt. Und ich fände es auch blöd, wenn das mein Haus ist und im Prinzip fällt alles, was in diesem Haus passiert, auf mich zurück. Du hast die Verantwortung, ne? Ja, genau. Das würde mich wirklich stören, wenn, wie Bellatrix es macht, natürlich, da alles an sich reißt. Und am Ende verkackt sie es ja auch. Ja, du bist nicht mehr Herr deines eigenen Hauses, ne? Genau. Und im Gegensatz zu Narzissa, also auch Malfoys allgemein, die dann dafür natürlich wieder irgendwie fertig gemacht werden von Voldemort, passiert Bellatrix aber nichts. Dies in diesem Moment, was da im Malfoy-Männer passiert, ist sie dann quasi raus. Und irgendwie, gerade weil Narzissa und Lucius danach beide keinen Zauberstab mehr haben, finde ich das, also das ist symbolisch gesehen auch nochmal richtig krass. Eine Erniedrigung, ne? Genau. Und ich würde sagen, zu all denen, die da so in Ungenade gefallen sind vor Voldemort oder vor jemand anders, sind die Malfoys die, die am meisten leiden mussten und auch über den längsten Zeitraum hinweg. Also es sind ja immer wieder kleine Rückschläge, also so Rückschläge, die sie einstecken haben müssen. Und ganz am Ende ist ihr eher zu Hause weggenommen worden. Ja. Mit dem, was da passiert ist, mit dieser Folterung und wenn Nagini da durchschlängelt, also. Ja eben, es ist einfach kein sicherer Ort mehr, weil jeder spaziert ein und aus. Und einfach die Person, die du am meisten fürchtest und auch die Todesser fürchten, Voldemort, ist einfach, das ist einfach in deinem Haus permanent und geht ein und aus, wie er will. Genau. Und dann habe ich mir auch überlegt, dafür, dass die keinen Zauberstab haben, ich glaube, für Reihenblüter mit dem Gedankengut, ich glaube, keinen Zauberstab mehr zu haben, also ihn freiwillig abzugeben, okay, aber so wie bei Lucius, ihn abgenommen zu bekommen, ist einfach, du gibst deinen kompletten Status auf. Also im Prinzip ist es gleichgestellt wie Blutsverräter, du bist es nicht mehr wert. Ja, du bist nackt, du bist hilflos, du bist schutzlos, es ist einfach auch super erniedrigend. Genau, also so ein richtiges, die sind richtig degradiert zu diesem Zeitpunkt, das ist ziemlich übel. Im Prinzip fängt dann ja auch die Schlacht von Hogwarts an und Draco ist im Schloss und Lucius und Narcissa folgen irgendwie so, Lord Voldemort. Allerdings fragen sie auch immer wieder, oder zumindest Lucius tut das, ob sie... Im Auftrag wahrscheinlich von Narcissa. Genau, ja, wahrscheinlich, genau. Lucius und Narcissa machen sich gleichermaßen Sorgen um Draco, so fragt Lucius nach Draco, also er fragt, ob sie ihn suchen dürfen, nein, dürfen sie nicht. Und sind dann schließlich auch im Wald und Harry scheint tot und wir hatten ja schon bei Bellatrix gesagt, dass Bellatrix zu diesem Zeitpunkt eben doch irgendwie eine Strafe bekommen hat und eben nicht diese ehrenvolle Aufgabe der Überprüfung, ob Harry wirklich tot ist, durchführen darf, sondern es macht Narcissa. Und das ist für mich einer der interessantesten Punkte dieser ganzen Schlacht, weil Narcissa Malfoy ja überhaupt nicht aktiv an diesem Kriegsgeschehen teilnimmt. Also sie ist weder eine tragende Rolle, also eine treibende Rolle dieser ganzen Sache, egal auf welcher Seite. Und sie hat in diesem Moment diese kühle und diesen kühlen Kopf, den du ja vorhin schon angesprochen hast und lügt alle an. Also alle, die da in diesem Wald sind und darauf, also ihr Vertrauen, dass sie sagt, dass Harry tot ist, stimmt. Und ich habe mich gefragt, wie hat sie das gemacht? Weil Voldemort ist so gut in Legilimens, der würde das doch checken eigentlich, wenn man ihn belügt. Und ich habe mir halt überlegt, er würde halt nicht damit rechnen, dass sie ihn anlügt, weil die Familie hat so viel an Ehre verloren, dass er denkt, sie würde es nicht wagen, ihn anzulügen und schenkt ihr dann vielleicht auch nicht genug Beachtung, um zu wissen, zu was sie halt eigentlich fähig ist, um ihre Familie zu schützen. Und deswegen nimmt er sie da halt nicht ernst. Oder sie beherrscht selber Oklomentik und verschließt ihre Gedanken so gut, dass Voldemort eben nicht eindringen kann. Also würde sie sich damit nicht mehr verraten, indem sie ihn zu macht und er… Wenn er nicht merkt, dass sie es verschließt, wenn sie so gut ist. Aber dann müsste sie schon ein krasser Pro sein, vielleicht besser als Snape. Ja, wissen wir nicht. Und vielleicht macht sie das in ihrer Freizeit. Wahrscheinlich. Ja. Ich weiß es nicht. Also ich glaube eher an die Nachlässigkeit von Voldemort, weil er hat ja vorher schon in einigen Situationen, bewiesen, dass er nicht immer die richtigen Entscheidungen trifft. Und ich glaube, in dieser Situation hat er sich auch von einer Art Gefühlen leiten lassen, Bellatrix dieser Ehre zu verwehren, für ihn so einen Botengang zu machen. Und dachte sich so, womit tut es ja am meisten weh? Wem tut es hier noch am meisten weh? Na, das ist am Ende voll. Ja, und er unterschätzt einfach wieder die Liebe, die Mütter zu ihren Kindern haben. Er weiß eigentlich, dass sie ihren Sohn suchen. Ja, er müsste ja theoretisch auch schon von Mütterinstinkten und Mütterliebe wissen, weil er Harry nicht töten konnte. Ja, genau. Eigentlich müsste er dann auch wissen, Mütter sind zu einigem fähig. Aber da traut er das Narzissa halt nicht zu. Ich finde das so spannend, dass Narzissa Malfoy die ist, die die Geschichte ändert. Also es ist die Mutter von Harrys zumindest engstem Gegenspieler in Schulzeiten. Und das finde ich halt irgendwie, ich finde das super spannend. Und hätte ich nicht mit gerechnet und irgendwie finde ich es schön. Also es ist nicht so ein Moment wie Molly Weasley tötet Bellatrix für Strange. Hä, wie kommt das? Sondern ich finde das einfach, ohne das zu hinterfragen oder zu denken so, hey, was hat die sich dabei gedacht? Ich finde es einfach schön, dass wieder quasi die Geschichte eine Wendung nimmt mit Mutterliebe, genauso wie das damals bei Harrys Überleben war. Ja, und das ist halt einfach wirklich, hier zeigt sie einfach ihre Stärke und dass sie dadurch einfach unglaublich skrupellos ist, weil sie diesen Mann so einfach eiskalt anlügen kann. Und sie zeigt keinerlei Zweifel, keinerlei Schwäche oder irgendeine Art von Schuldbewusstsein, dass sie da ihren Meister verrät. Weil sie war ja loyal und hat alles für Voldemort gemacht, nur um ihre Familie zu schützen. Und jetzt sieht sie aber, dass Voldemort ihrer Familie schadet und sie eben nicht mehr schützen kann. Und jetzt wendet sie sich halt eben ab und sucht den Weg, der ihre Familie jetzt am besten schützt. Und das ist halt eben für Harry zu sein. Oder halt hier ihren Meister zu verraten. Ja, und ich finde das super cool. Und das ist wirklich mit einer der coolsten Mütter da in der ganzen Story. Aber nur deshalb. Weil man halt auch überhaupt nicht damit rechnet. Ja, genau. Ja, und Harry flieht dann ja. Und dann geht die Suche nach ihrem Sohn ja erst richtig los. Und Lucius schließt sich dann ja auch an. Also sie verweigern dann ja auch die Befehle von Voldemort und kämpfen eben nicht, sondern rennen eben einfach durch Hogwarts, um Draco zu finden, ganz verzweifelt. Und ja, nach der Schlacht sitzen die drei, anders als im Film, dann in der großen Halle und sind sich so ein bisschen unsicher, ob sie dort überhaupt richtig sind. Aber im Grunde haben sie eben Voldemort verraten und waren somit dann am Ende doch auf der guten, richtigen Seite. Ja. Aber alle drei, und das ist irgendwie, Draco hatte ja vorher schon bewiesen, dass er nicht einer von, Genau, dass er eben nicht böse ist quasi. Und so hat die ganze Familie Malfoy bewiesen, dass sie eigentlich an die richtigen Werte doch irgendwo glauben. Genau, und einfach auch, dass Familie das stärkste Bündnis ist. Also sie als Familie halten zusammen. Ja. Genau, und eigentlich nur wegen ihres Verrats an Voldemort wird den Malfoys dann ja auch alles verziehen, was sie vorher angestellt haben. Es waren ja nicht mehrere, also mindestens zwei Jahrzehnte, knapp drei, in denen Lucius Malfoy Quatsch gemacht hat. Ja. Aber. Dazu kommen wir an anderer Stelle. Narcissa Malfoy versucht, allen Schaden von ihrem Sohn abzuwenden. Und für mich gibt es da auch einfach keinen Unterschied mehr zwischen Lily Potter und Molly Weasley, eben auch mit Narcissa Malfoy, weil es deren Liebe war, die quasi Voldemort in die Knie gezwungen hat. Ja, genau. Lily Potters Liebe, sowie auch die von Narcissa Malfoy. Und Molly als perfekte Mutter darf man da natürlich nicht außen vor lassen. Das stimmt. Also alles drei liebende Mütter, die alles für ihre Kinder geben würden und es bereits bewiesen haben. Ja. Ja, sehr schöne abschließende Worte für Narcissa Malfoy. Wir sind natürlich sehr traurig über den Tod von der Schauspielerin Helen McCrory und hoffen, euch hat die Sonderfolge zu ihren Ehren gefallen. Genau. Und jetzt wünschen wir euch noch eine schöne Restwoche und wir hören uns am Mittwoch direkt wieder. Also gar keine lange Wartezeit. Genau. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.